Lassen wir mal schön zu. Gehen wir zum nächsten Raum und finden. Oh, wetten in einer von den Gummizellen ist was. Oh, Leute, ich könnte drauf schwören. Ja, hier wird noch zwei weitere Gummizellen geben und in einer ist ein Zollmetern. Ich sehe es jetzt kaum. Jetzt schon kaum. Obwohl, eigentlich glaube ich es wiederum nicht, weil da hinten der Typ ist. Mal schauen. Bisher ich mit meinem Öl, ja, mein Öl ist wunderbar, die Leute. Vielleicht solltest du auch besser genauer gucken, weil du die sechs Teile finden musst. Nicht, dass irgendwie ein Teil oder so in diesem Gummizellen da drin steckt. Könnt ihr einfach nochmal überprüfen, wissen wir, dass da nichts drin ist. Ich gucke jetzt in diesem... Trotzdem, jetzt mal wieder Schiss, wenn du die Türen aufmachst. Och. Ich gucke in diesen Röhren, weil in der Röhre ist das einzige Versteck, wo es sein könnte. Weil die sind halt so klein, dass die auf dem Boden liegen. Aber... Glaube ich eigentlich nicht. Was ist das? Ne. Okay, dann gehen wir hoch. Ach Gott, ich will eigentlich nicht hoch, aber egal. Der hier ist jetzt verschwommen oder ist die Treppe so? Ne, die Treppe ist so. Was war das? Aufgenommen, Fleisch. Okay, ich glaube, das hat irgendwas mit den Zutaten für diesen Trank zu tun. Da ist Licht hinter. Oh Gott. Okay. Okay. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich bin hier bereits. Ich weiß das Zutaten. Das Zutaten. Das Zutaten der Damaskus-Rose auf dem Schatten in der Röhre und in der Löhre. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß das. noch was man hier ist keine facke eigentlich wollte ich jetzt hier eine facke haben also bis jetzt eine magere Ausbeute ganz ruhig dann ja was ist das da unten ok ist nur facke ich da grad schon ok hm ist ja merkwürdig ein Apfel na gut dann sind wir hier auch fertig und müssen zum Altar was ist das was ist denn jetzt kaputt was ist mein geistiger Zustell leichte Kopfschmerzen was war das ok ich muss rennen ähm wohin muss ich da hin oder nicht muss ich hin ne es wird mich jetzt erschrecken nein guck nicht nach doch wenn hier irgendwas passiert ist dann muss ich nachgucken ok ich äh auf zum Altar liebe Leute es ist nass bist du so nervös oder wie ich finde noch geht's an diesem Tag an diesem Tag starb etwas in ihm zu sehen wie sich diese Männer davon machten war mehr als sein Verstand ertragen konnte wir sind in einer Art neuen Kapitel das seht ihr im Hintergrund und ich glaube es ist das letzte Kapitel ja ich bin ziemlich stark der Überzeugung dass das das letzte Kapitel ist liebe Leute das heißt hier wird es nicht heftig nein das ist ein das 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 die das das Es ist wie Morpheus, die in die Unterwelt schlägt. Hast du etwas schüttet? Was meinst du? Keine Ahnung. Deine Intuition ist... ...remerkbar. Ich bin nicht sicher, ich bin verfolgt. Es ist nicht wichtig. Es ist nur ein Myth, nachher alles. Oh, ein Zombie. Da ist ein Zombie. Ich darf den nicht angucken. Das bringt dir nicht viel. Ich darf ihn aber auf keinen Fall angucken, das meinst du damit. Kommst du zu mir, oder muss ich weglaufen? Warte, er geht weiter in die Mitte. Er kommt zu dir. Ja, er kommt zu mir, oder muss ich echt zurücklaufen, das ist ja tro. Komm, das ist nur... Das ist nur normal, aber wolltest du sagen. Nein, nur noch mal die Tür. Oh, ich weiß. Ich geh mal eben kurz lieber zurück. Hauptschiff. Moment, im Hauptschiff. Sollten wir nicht die Steine schon im Hauptschiff finden? Ne, im Querschiff und beim Altar. Hat er gesagt, ja. So, die dickflüssige Frau verteilt sich auf seiner Zunge, er schluckte übermittelt, keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster und war da, keine Ahnung. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht da, direkt vor der Tür. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss ich Vater bei der Arbeit fühlen. Ein Künstler zu sein, der auf seine feindfülligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht einen gewisserweise stolz. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, der billige Zombie, vor dem habe ich sogar weniger Angst jetzt als vor dem anderen. Theoretisch dürfte er jetzt nicht mehr da sein. Aber ich frage mich, wie ich an dem vorbei soll. Und vor allem, wo er ist. Links auf dem. Also, das ist zu kommen, wenn ich ihn gehe. Hm. Scheiß, 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 Scheiß. Rechts war der Zombie, dann gehe ich erst rechts fangen. Das ist eine Scheißidee, ja, das ist es, aber egal. Gut, fangen wir hier an. Die zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in sechs Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große liebe Siebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Okay, kommt da jetzt ein Zombie? Ich habe da gerade irgendwie so die... Aber ja, habe ich die Angst, dass es von da ein Zombie kommt. So, okay, da ist es schon mal gut. Und da geht es weiter, okay. Das ist bestimmt irgendwo mit bei. Ich finde es immer doof, wenn du zu leute Geräusche oder sowas machst. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas untersuchen soll oder nicht. Ja, theoretisch müsste er da irgendwo. Ich glaube, ich könnte das direkt irgendwie anklicken. Ja. Aber wenn gleich ein Zombie hinter mir steht, dann schreie ich einfach nur, ne? Das ist Kette ja schon. Ich kann sogar mit einem Glas mehrere runterschmeißen. Nein, aber da ist nichts. Ah, da kann ich noch gucken, ob da was drin ist. In der Wunderlampe. Nein. Dann gehen wir weiter. Ohne Teppich, was ist das hier? Hast du Angst? Ja. Wieso? Weil ich das Spiel ziemlich scheiße finde. Och, und dann schenkst du mir vier. Ich glaube es dir auch. Das hier sieht ein bisschen neklig aus. Ich würde eigentlich raten, dass jetzt gleich viel Sonne. Hinter dir? Hör auf mich hier, irgendeinen Kirche zu machen. Nee, aber hier ist gar nichts. Achso, nichts in deinem Inventar oder so. Fleisch. Hm, ich glaube wohl kaum, dass ich hier Fleisch anwenden kann. Ich glaube nicht, dass du da runterfallen sollst. Oh, ich glaube auch nicht, dass ich da runter springen sollte. Also ich kann hier nicht weder was aufsammeln, außer halt das Öl. Aber das war's, Leute. Das ist nur ein komischer Ritualraum. Das ist nur ein Ritualraum. Warte mal hin. Okay. Was soll ich denn hier gucken? Da ist noch eine. Eine Tinder-Wüchse, hast du recht. Angeblich soll manchmal hinter irgendwelchen... Das ist ein Ritualraum, das ist ein Ritualraum. Welche Branche. Ich höre nichts. Jetzt habe ich sogar was vibrieren, also so pulsieren, sehen, hören. Also du glaubst schon, dass die Ente daran ist, ja? Es ist merkwürdig, weil... Ja, eigentlich ist es... Das Geräusche, können nicht so bitte weggehen. Das Geräusche, und so... Nö, das ist Ziel, Spannungspolitik, kann man nicht. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass gleich wieder zu mir auftauchen wird. Ja, das wird wieder rausgehen. Äh, nicht ein grauenhaften Raum. Na, wundern. Gerne, gerne. Ich bin dabei. Und warte rechts. Ja, das hast du recht, nicht. Rechts ist nicht. So, schattest du das Aussuchen. Geradeaus oder rechts? Rechts. Nee, geradeaus. Okay, ganz ehrlich, die Endphase macht mir doch ein bisschen zu schaffen, gerade. Ja, jetzt kommen sich auch noch die dunklen Räume, das finde ich auch wunderbar. Okay, kein Zombie von hinten. Nee, ich will erst wissen, nicht, dass ich mich jetzt hier mit dem Zombie einschließe. Okay, scheint... Also, ich hab aus dem letzten Mal gelernt, Leute. Ich hab gar nicht, dass mich wieder mit dem Zombie einschließen. Also, wir machen mal die Deckenlampe hier an. Das wird ein bisschen noch heller. Außerdem haben wir genug von allem. Also, ich glaub, wir werden das Spiel jetzt hier locker beenden können, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Hm, okay. Ja, okay. Sie sind alle wäckige Menschen, und ich mich immer immer wieder daran erinnern. Still, ich bin dankbar für Gott, dass diese Monster unsere Weg senden, als sie als die Instrumente für meine Salvationen sind. Ich versuche, die verschiedenen Tools in der Torture-Chamber zu studieren, und zu lernen, wie sie effektiv werden. Die letzte Zeit war verletzt, und das Effekt suffered von meiner Inexperienz. Wenn die nächste Warnung eröffnet wird, werde ich bereit sein.